Ja, moin. Diese Gitarre raubt mir in letzter Zeit einfach den Schlaf. Mal kommt ein Hund und ein besoffener Mann dazu. Das Ganze in so komischen Abständen und mal nur das Intro und dann wieder aus. Und das Ganze Nacht für Nacht. Anfangs dachte ich dann, dass ich das nur träume, aber dem war nicht so. In der dritten Nacht hatte ich dann die Schnauze voll. Dem Ganzen musste ich dann irgendwann mal Abhilfe schaffen. Ich habe mir dann meine Klabotten angezogen, Mütze auf und bin rausgegangen in die Werkstatt. Ich hatte jetzt ja keinen Bock die ganze Nacht irgendwo draußen zu stehen, deswegen habe ich die alte Überwachungskamera rausgesucht, da muss ja eigentlich nur ein Kabel rein. Und dann wollte ich das ganze Ding mal draußen an der Tür anschrauben. Ja, dann habe ich das Gerät ordentlich ausgerichtet und da war ich mir ziemlich sicher, dass ich das Ganze jetzt irgendwie einfangen kann. Ich muss ja nur im Zimmer noch, also das Kabel durchs Fenster legen, direkt in den Fernseher reinstecken, durch den HDMI. Ja, ich bin dann straight ins Bett, aber ich wusste, ich werde keinen Schlaf finden. Ja, ich bin dann. Ja, ich bin dann. �bb